Nachfolge als Mittel, die Ursehnsucht zu überdecken Es darf einem schon wundern, von was für exotisch klingenden Antiquitäten, die auf dem religiösen Markt feigehalten werden, sich viele Menschen so faszinieren lassen. Solche religiösen Überzeugungsüberbaus lassen einem zu oft taub werden für das Wesentliche, für die innerste Sehnsucht. Die vermeintlichen Gewissheiten und Überzeugungen verstümmeln die Aufbruchsehnsucht der Seele, sich dem wirklich Großen bedingungslos anzuvertrauen. Viele sogenannte Suchende meinen irgendwann einmal, es gebe ein abgekürztes Verfahren und sie lernen aus den Schriften und Mündern irgendwelcher Meister, dass dieses oder jenes Verfahren todsicher sei, um diese Sehnsucht zu befriedigen. Und sie bieten ja manchen auch tatsächlich vorübergehende Befriedigungen, Scheinsicherheiten und das Gefühl, gerettet zu sein, an. Somit beschränkt sich dann der innere Weg auf die Repetition dessen, was andere von außen einem gelehrt hatten. Man lernt nun bereitwillig Rituale auswendig, sagt Mantren und Worte des Bittens auf, spricht von Dankbarkeit und Öffnung und Ganzheit und Vertrauen. Doch tatsächlich beschäftigt man sich gar nicht mit dieser Sehnsucht, sondern beschränkt sich aufs Repetitive und auf die Nachahmung. Die ursprüngliche Aufbruchssehnsucht hat sich in ein harmloses Imitieren verlegt. Ohne Selbsterforschung und aufrichtiges Aufdecken der eigenen verborgenen Verschlingungen, des Befriedigungsdranges und ihrer Ängste führt man gegebene Programme aus, legitimiert diese als spirituelle Praxis und wehnt sich im eigenen Überzeugungsklan sogar in einer Sicherheit des Aufgehobenseins. Der innere Weg wird schnell als Gleichschaltungskanal verstanden. Wenn jemand so einen Zugehörigkeitsdrang und ein Abhängigkeitsbedürfnis hat, dann darf er das natürlich. Aber ich bedauere die in den Kanal getriebenen Schäfchen, die sich einmal aufrichtig auf den inneren Weg gemacht haben und die durch religiöse Propagandaminister gemaßregelt werden. Einige erkennen es noch früh genug und können von diesem Reduktionsprogramm des Ureigensten Abstand nehmen. Bei anderen dauert es vermutlich etwas länger, da sie den beschränkten Denkkanal der legitimierten Tradition für den Weg in die Freiheit halten. Das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein, korrumpiert die radikale Wahrheitssuche, die das Grundprinzip des Gotteswegs ist. Der religiöse Fachexperte, in Klammer Guru, darf einem nicht in ein Schema hineinzwängen, wie man Gott zu lieben hätte. Und er gibt dem eigenen Inneren nicht einen Plan für die Befindlichkeit. Seine Verwirklichung, die durch das Harikata zu einem durchdringt, lässt tief im Herzen Seiten anklingen. Schwingen tut mein Innerstes dann allein, wenn ich mich schwingen lasse. Es obliegt der Verantwortung des Kunden, des Konsumenten, die sich unter die Obhut eines Vorbeters flüchten, damit man keine Energie der wirklichen Reflexion einzusetzen braucht. Man mag gewisse sogenannte materielle Bequemlichkeiten oder Annehmlichkeiten aufgeben, um sie dann für in Anführungszeichen spirituelle Annehmlichkeiten und Befriedigungsberieselung einzutauschen. Der Glaube, zu den Geretteten zu gehören, stellt die letztliche Hybris des inneren Weges dar. Manchmal beobachtete ich, wie gerade diese eigentliche, echte Faszinationskraft mehr gefürchtet wird als alles andere. Und gerade Glaubenssysteme dienen dem kleinen Ich dar als willkommene Abwehrstrategie. Sie dienen zu oft der Verschleierung und nicht der Klarheit und heiligen Nüchternheit. Philosophische Diskussion ist eigentlich eine Möglichkeit, seinen Wahrnehmungshorizont auszudehnen. Aber wenn man dieses lieber verteidigt, reduziert sich dieses wesentliche Werkzeug der Innenschau und der spirituellen Bereicherung zu einem Krieg. Wenn Rechthaberei in den philosophischen Diskurs einzieht, ist das gesamte Projekt der radikalen Wahrheitssuche korrumpiert. Doch genau diese stellt gemäß Vedanta die Grundanforderung ans menschliche Leben dar.